ein fettes pfeil nach unten diesmal gucke ich mir wirklich alles an ich dachte ich ertrinke gleich das wieder der trick mit dem mit dem viereck ja haben wir ja schön gelernt ja 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 wow was wäre da unten ich glaube ich einmal ich gucke mir das an nicht dass ich wieder was vergesse weil das nervt mich schon ich gucke mir alles an und trotzdem wird mir gesagt dass ich nicht alle diamanten habe und da kann man noch mal schön das war knapp was bist du für eine kreatur was machst du da warum büppte sich gerade die hat schiss ach so die hat richtig angst ich muss jetzt schon dem zu ihr wechseln aber obwohl die hat auch schiss gehabt oh nein das war jetzt richtig blöd von mir aber wir haben glück es ist wieder da alle die blöcke hier ich wollte dreieck drücken und habe vier gedrückt so dreieck wie das hier und dann habe ich die natürlich alles zerstört aber gut zu wissen dass die wieder erscheinen sobald ich verliere jetzt schnell rüber schnell rüber bevor ich ins wasser falle jetzt gehe ich noch mal dahin guck mal ob ich doch nicht was vergessen habe ja nichts vergessen aber jetzt schnell durch lauf so ich soll ins wasser bevor ich da runter gehe aber muss ich noch was sammeln also da wird jetzt schon sein neuer trick gezeigt das machen wir mal cool wird uns irgendwo unser sauerstoff angezeigt irgendwo vielleicht aber sie hat mit auf jeden fall achtet mal drauf wenn sie jetzt rauskommt also ich schnaufe richtig nach luft oh scheiße was war das das habe ich gar nicht kommen sehen die diamanten die sind nicht wieder da verdammt was ist denn das sind irgendwelche spitzen gegenstände da darf ich auf jeden fall nicht drauf oder nicht dagegen kommen cool hey das war ein versteck jetzt hier so zufällig dass ich da reingefallen bin also ich muss auf jeden fall ich komme jetzt nicht hoch ich muss zu der lieben gianna wechseln jetzt zu der der rücken mit dem roten haaren tippt 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 aber da wird da gibt es immer wieder diese schilder die uns helfen was wir machen sollen damit man schön nicht verzweifelt oder ist wieder so ein kristall in der mitte also wenn ich da jetzt mit meinem kopf gegen komme dann war es das sie aufpassen 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 jetzt runter da ist wieder was hier auf dem boden auch das sind ja sehr viele ach den habe ich ja gar nicht gesehen hier links von mir da oben gibt es nichts so schön alles einsammeln habe ich dort noch nichts vergessen hallo ich will nichts vergessen ne da war das wasser aber seht ihr wie ich jetzt immer vorsichtiger gucke dass ich ja nichts vergesse glaubt das wird euch allen so gehen am anfang hatte ich schnell schnell gemacht aber jetzt jetzt gucke ich halt dass ich nichts vergesse kann ich da rein in das grüne zeug oder ist das giftig machen wir mal oder oh verdammt das war giftig ja aber da sind gar keine toten kopfzeichen jetzt wenn es lila ist auch nicht okay ja ich muss es ja ausprobieren weiß ich ja nicht so halt fahrstuhl wo willst du hin bring mich hoch hinaus warte mal warte mal bevor ich jetzt weitergehe unten habe ich noch was ihr habt mich da doch nicht richtig umgesehen kann man hier noch was sammeln hm 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 gianna warum so eine eile gianna ich weiß wir müssen deine schwester finden aber immer mit der ruhe da oben ist auf jeden fall was da lernen wir jetzt wieder neuen trick ne das ist immer noch der alte trick mit viereck sollen wir ihn rammen eine kopfnuss geben was machen wir von hinten oh so also rechts oben war auf jeden fall noch was zu sammeln oder ja schön dass ich es noch gesehen habe ah guck mal wie schön die diamanten tanzen oh ah da oben ist ein da oben ist ein fetter klumpen gut dass ich den jetzt noch mitgenommen habe da noch vielleicht was hm mach ich da mal weiter so boah boah ich kann auch schräg boah schräg auch alles kaputt machen halt ich wollte nochmal nach oben einen groben blick nach oben machen ne ist nix das war's schon boah boah hätte ich nicht gedacht dass sie das kaputt machen kann wie komme ich hier wieder raus hallo achso okay auf jeden fall mit der ja weil sonst kann ich die diamanten nicht einsammeln ja gehen wir mal langsam runter ne hey moment mal boah hm halt 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 boah die geht ja voll ab wie säpfchen ey hammergeil ähm hab ich das vergessen ah da oben ist was da oben ist was also am anfang habe ich mir ja nicht alles angeguckt aber jetzt weiß ich ungefähr hallo wie das spiel so tickt naja also das mit der ey das mit der bösen gianna habe ich noch nicht drauf warte mal warte mal ich bin nicht die böse die kann das irgendwie nicht aber immer wenn ich dreieck drücke dann ändert sich das da um ähm so einfach mal ein bisschen mit geduld da kann ich nochmal hoch öh tak 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 bam so da dürfen wir auf jeden fall nicht reinfallen oh ich dachte der fällt mir auf den kopf oh komm jetzt mach was ja den habe ich gesucht kann man auch nochmal lang da kommen schöne vögel angeflogen nein 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 wo falle ich denn hin also da mache ich jetzt weiter wo ich war dich nehme ich noch mit du bösewicht da muss ich jetzt aufpassen bei den stacheligen dingern hier so 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 da kommt das wasser auf einmal her und jetzt muss das wasser wieder weg gehen oder tatsächlich oh nein oh nein oh ach so das wasser kommt von allein ne hier ich dachte ich hab's gesteuert immer irgendwie oder hab ich's doch gesteuert ich glaube ich hab's gesteuert uah keine ahnung so da oben gibt's auf jeden fall nochmal einen weg aber wie komm ich da rauf wie komm ich da rauf verdammt oh wow ne da gab's doch keinen weg sah nur so aus sah nur so aus sah nur so aus hey digger wapp da oben ist auf jeden fall was hm 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 hallo ich will mit bring's mich bitte weiter so wenn ich jetzt da ankomme ist das spiel fertig oder aber ich hab noch nicht alles gesammelt hier ich hab noch nicht alles gesammelt das darf doch nicht wahr sein schon wieder nicht alles hm wo hab ich denn schon wieder was vergessen das gibt's doch nicht oder also ich war der meinung dass ich wirklich alles alles durchgelaufen bin na aber jetzt zurücklaufen wäre ja auch blöd machen wir nicht so level beendet naja diesmal fehlen nicht viele diesmal hab ich besser aufgepasst mhm 1,2,3,4,5 5 5 sterne 4 mal verloren stand da glaube ich äh 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 4 mal verloren das war nicht gut was war das jetzt also also wir haben jetzt mit schwer angefangen aber noch ist es nicht so schwer die levels hm 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 ich soll hin und her wechseln wird mir hier gesagt ja hätte ich mir aber auch selber denken können oh da sind wieder die stacheln ok so da oben gibt's nix aah jetzt schauen wir hier runter und wieder wechseln und wieder wechseln und wieder wechseln so jetzt geben wir einen Kick nach unten geile Sache ah die Diana hat aber übermenschliche Kräfte ne so wie es aussieht woher sie die hat das weiß ich nicht wie komm ich jetzt da rauf wie komm ich jetzt da rauf das ist ne gute Frage ne äh äh wo geh ich da hin wo geh ich hin ach ich könnte da komplett runter ok was mach ich denn für den Stress so bräuchte ich mir keinen Stress machen aber wenn ich da runter falle ist nicht schön so jetzt einmal wieder hoch tüp 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 aah ich wollte dir auf den Kopf so wollte ich das machen und so wollte ich das machen oh nein zu spät zu spät zu spät ja die mit den roten Haaren sieht echt geil aus so so gibt es da oben noch was gibt es da oben noch was weil irgendwo ist doch immer was was ich nicht sehe das kann doch nicht wahr sein oder ähm jetzt mal ja wechseln so machen wir mal weiter Checkpoint erreicht boah er hat Stacheln auf dem Kopf auch im Hintern den lasse ich lieber in Ruhe ja den lasse ich lieber in Ruhe aber ich merke schon dass die Levels nochmal schwieriger werden halt jetzt kann ich die fertig machen oh der hat aber trotzdem Stacheln äh böse 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 dich lasse ich in Ruhe also auf jeden Fall hey Moment mal ich will da rauf so ja ja nichts vergessen hier hm da gibt es nichts mehr ne nö boah bleib weg kann ich da runter hm den Ast hier kann ich auch nicht kaputt machen hopp jihaa boah okay ich geh erstmal nach oben boah 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 geile Sache boah boah nein 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 so was gibt es denn hier noch alles gibt es nichts oh oh verdammt was habe ich mir dabei gedacht ich glaube da hoch muss ich jetzt nicht nochmal oder oder sind die Diamanten wieder ne Diamanten sind weg die habe ich schon eingesammelt wäre ja auch blöd jedes mal wieder neu einzusammeln jihaa boah ich dachte ich werde hier aufgespießt von den von der komischen Brücke hier wo kommt der jetzt her äh der coole Maske hat der oah 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 ey wie ich mich jedes mal erschrecke ist doch nicht normal geil oh man 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 muss ich selber darüber lachen oh man schnell da hoch oah da ah oah 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 Halt nein nein noch weiter ging es nicht weiter tja na was ist los mit dir Keine Energie mehr. Moment mal. Ah, ich müsste rechtzeitig wieder ändern. Okay, okay. Also nochmal. Moment mal. Hey. Du musst mich verarschen. Ah, es war jetzt zu früh. Verdammt. Das war perfekt. Das war perfekt. Mann, hab ich's drauf. Äh, boah. Diesmal hoffe ich mal, dass ich mehr Diamanten sammle. Als vorher immer. Ah, nein, 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 nein. Da muss ich nochmal hoch. Verdammt. Ah, da muss ich leider nochmal hoch. Ich müsste rechtzeitig den Boden wieder schließen. Weil da war wieder was. Ah, Mann. Also ich, da muss man echt hin und her wechseln. Weil mit der kann ich da hoch und mit der hier guckt man nicht. Sehen Sie das? Äh, seht ihr das? Ne, mit der auch nicht. Also wir kommen nur mit wo, wo man dieses Laub auch sieht. Nur da kommt man durch. Wieder zu spät. Wieder zu spät. So. Jetzt da nochmal runter. Und jetzt schon mal wechseln. dass der so einen fetten Bonus gekriegt hier. Ja. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich unbedingt nochmal hoch wollte. Oh. Dies mache ich kalt. Dies mache ich auch kalt. Oh, wenn ich da runterfalle. Oh, dann beiß ich mir in den Gras. Das will ich nicht. Beiß ich mir ins Gras. Oh. Hey, die habe ich doch kaputt gemacht, oder nicht? Und das auch nicht schön. Hm. Eine schöne Blume. Halt, halt. Immer mit der Ruhe. Also wenn ich da jetzt ins Wasser falle, dann war es das mit lustig. Kann ich den fällig machen? Ja, kann ich. Ich auch. Der sagt jetzt zu mir, geh runter. Aber was gibt es denn hier oben? Irgendwo. Irgendwo. Irgendwie was. Gibt es nichts? Ich gehe jetzt nicht mehr weiter. Oh. Ich wollte jetzt mal gucken von auf der rechten Seite, ob da hier irgendwas ist. Okay. Nee, nix. Aber ich fange mal von vorne an, dass ich alles sammle auch. Habe ich jetzt alles gesammelt? Ja. Hier fängt es ja an. Da sind irgendwelche komischen grünen, nee, roten Fische da drin. Giftig, giftig. Finger weg. Hm. Nein. Kann ich da jetzt runter oder kann ich da nicht runter? Wollen wir mal gucken, oder? Ich glaube nicht, dass ich da runter kann, oder? Hallo? Doch, da ist was. Äh, hilft mir. Verdammt. Also ich versuche jetzt da runter zu gehen. Hm. Hätte ich fast nicht gesehen, ne? Geile Sache. Oh. Rechtzeitig auch wieder runter. Also da habe ich oben jetzt einen Diamanten liegen lassen, auf jeden Fall. Ja. Den hole ich mir jetzt. Den hole ich mir jetzt. Yo. Einmal bitte hoch. Oh. 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 Ei, 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 ei. Ach, wir fangen immer wieder von hier an. Hier war ja unser Checkpoint. Also, Gianna, das schaffst du jetzt. Das schaffst du jetzt. Komm. Zeig, dass du es drauf hast. Aber ich muss rechtzeitig runterspringen von einem komischen Ballon. So, jetzt schon rüber. Und da gleich. Jetzt schon rüber. Oh. So, langsam runter, langsam runter. Alles schön einsammeln. Ich weiß ja nicht, was unten auf mich auf mich wartet. Oh, 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 oh. Ähm, 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 ähm. Ich weiß nicht, was oben alles ist. Äh, äh, äh. Hm, nix. Alles gut gelaufen. Alles gut. Aber hier muss ich auch extrem viele Diamanten finden in dem Level. Ähm. 751. So, oh.